Ich hab gar keine Schuhe mehr. Ja, du bist so ein Assi hat's 4 im Finger, ne? Ja, ich bin seiner Schuhe fertig. Boah, Assi hat's 4 im Finger, sitzt daheim rum, macht nichts. Äh, nochmal so ne Frage, wie soll man das eigentlich maximal steigern können? Alles, also... Ich hab hier Upgrades, wenn ich davon nur die Hälfte installiere, hab ich schon alles auf Maximum. Das ist ja scheiß Spiel. In einem guten Spiel erreicht man das Maximum nie. Das ist scheiße. Nein. Raja, du merkst, ich hab das auch gut gespielt, da reicht man auch. AGB-Spiele? Nein. In guten Milch, ne? Achte Spiele? AGB-Spiele noch nicht. Ja, GW? Rot und Blau, oder was? Rot, ja, Geld, Braun, Mann. Ja, das ist doch gut. Ich hab erstmal genug Boss-Beat gespielt, jetzt spiel ich irgendwas anspruchsvolles. Was denn? Oblivion? Ja, ich spiel jetzt Oblivion, genau. Auskommt wie, weil sie dieses Spiel hat. Minecraft. Minecraft. Das war eine Idee. Minecraft spiel ich nicht nur mit Mods. Mods ist Minecraft nur aufreißen. Minecraft ist doch so. Bei Minecraft schön ist er mit dem Gott. Aber warte ich bin mein Gott. Ich spiel bloß im Survival-Mode. Keine Ahnung. Ich spiel bloß im Survival-Mode. Ich spiel auch mal im Survival-Mode. Beachte Menschen, die Creative spielen. Was willst du? Beachte Menschen, die im Creative-Mode spielen bei Minecraft. Weil es total armselig ist. Ja, wenn man Creative spielt. Wenn man Creative spielen will, kann man auch als normale Minecraft spielen. Ja, ich spiel auch auf die Nerven. Ja, ich spiel auch auf die Nerven. Nein. Dafür gibt es andere Spielmode. Ich spiel manchmal auf den Hardcore. Ist ja langweilig. Ich spiel auch auf Battlefield. Friedlich. Mehr nicht. Auf was? Peaceful? Ja, genau. Alles andere ist langweilig. Alles andere ist langweilig. Da kommen Gegner und Nerven einen dran. Ich spiel auch auf Deutsch. Natürlich spiel ich auf Deutsch. Weil so viel Text hier rum vorkommt. Dass es so kompliziert ist. Es ist kein Text-Adventure, Mann. So viel Text, dass es vorkommt. Ich spiel auch mit Ambassar. Da bist du für Jahre beschäftigt. Let's do this on Realm of the Master. Weil du blindst. Ich spiel auch mit ganz drücken. Ich spiel auch mit dem Spiel. Anders dann. Ich spiel ja auch zusammen. Zieler 2 nicht zu zweit spielen. Zieler 2 nicht zu zweit spielen. Ich spiel dann dran hier. Wir machen einfach einen Spre- Wir machen einfach einen Spre-Wall-Battle. Nein. Eine gigantische Welt. Ah, da spielen wir alle gegeneinander. Das stört das Verloch an. Ja, ich kenn das Spiel sogar. Ich hab's auch schon gespielt. Naja. Wir müssen nur das Liga 1 beten. Kommen wir da Amiga vorbei, dann betteln wir das. Ähm. Was ist das Spiel oder 62? Würde ich gerne machen. Sieg da nicht zu zweit spielen. Ich bin nur ein Amiga-Taugen. Ich würd zwar total verlieren, aber... Ich würde sicher mal ein Weiswer zu schwerer. Nein, das ist mir schon zu hektisch. Die letzte Mal. Es geht mir zu schnell alles. Ach so. Was ist im ersten Fallsspiel? Einen zweiten. Nein, der ist scheiße. Weil das ist halt schwer. Ich hab immer noch nicht verstanden, wie das Spiel funktioniert, obwohl ich das mindestens schon die Stunden gespielt habe. Das Spiel ist schwer zu verstehen, wer. Ist es. Hallo, du musst voll viel Zeug erforschen, alles. Ist doch geil. Wenn man Schiffe baut. Forschung ist geil, Mann. Deswegen ist Earth 250 auch so geil. Wo war jetzt mein Bogen? Hast du meinen Bogen mitgelogen? Ich weiß nicht, wie heißt der? Groove Bow? Kann sein. Ich hab den Namen nicht gelesen. Keine Ahnung, ich hab ihn noch mal identifiziert. Der ist Bo of the Idiot. Nein, nicht dein Bogen. Er redet von seinem Bogen. Meine redet von dem Bogen. Der Dupe. Gucken, gucken, gucken. Egal keiner. Ich glaub aber der ist schlechter. Nein, der ist besser. Cool. Oh. Der ist schön. Sehr schön. So, du geh in das Dorf, dann kann ich mir dringend was verkaufen. Jetzt muss ich bloß gucken, wer ich dafür wegschmeiß, äh. Wen oder was du dafür wegschmeiß? Ich glaub ich schmeiß den weg. Die sind sowieso alle Immun hier. Da brauche ich keinen Feuerscheiß. Feuerscheiß, Feuerscheiß voll geil. Die sind alle Immun und Resistent und haste nicht gesehen. Voll geil. Kannst lieber normale schießen. Kannst lieber auf normalen Damage bauen als... ...Fuert Damage. Ich würd trotzdem für den Nebenbei immer noch Feuerscheiß dabei haben. Für den Fallen. Ja, wenn's nebenbei ist, ja, ist es ja gut, ja. Aber ansonst... Wenn du den Bogen hast, der besser normalen Damage macht, dann nimmst du den lieber. Aber was wenn der andere noch zusätzlich hat, äh, äh, äh. Aber wenn er noch zusätzlichen, sagen wir zum Beispiel, Schaden gegen Untode oder sowas macht. Und dazu noch Magie, aber dafür weniger. Da würd ich ihn trotzdem nehmen, weil hauptsächlich die Untode irgendwo rumlaufen. Nein. Beziehungsweise Dämonen. Die Mohnen sind aber keine Untoden. Was? Da brauchst du noch was gegen Dämonen und nicht gegen Untode. Ja, ich kann ja... Moment. Wir machen aber meistens gegen Dämonen und Untode, deswegen. Nein. Ich schmeiß den, wir können die anderen mit. Komm schon, Connecte. Nein. Da sind alle tot. Hilfe. Das ist einfach mal hier durch. Hey, die Kiste ist noch zu. Wow, cool. Mein Kistenöffel hatte ich getötet. Jan sagt, er wurde von der Kiste getötet. Ja, er hat die Kiste aufgemacht und ich wurde getötet, weil da so ein Flächenschaden rauskam. Ich wurde halt wegen frisch. Geil. Es war Eiszauber. Es soll halt wegen frisch werden, hier unten ist es auch heiß, weißt du? Ja. Voll leck. So... Geht nach oben. WTF? Aaaaaaah, komm, ich pack, man. Oh, das ist ein Champion. Das erklärt den Immensen Schaden, den ich über mit eingestellt habe. Ach. Was tut mir leid, mein Freund? Ich brauche mal wieder eine neue Ausrüstung. Die Alte ist dabei. Ich habe niemals neue Ausrüstung. Halt die Fresse. Vielleicht ein paar Erfahrungspunkte brauche ich überhaupt noch. Ach so, nicht viel. Noch 10. 1000. 121.000. Ne, Moment, doch. Passt, dann habe ich über eine Million Erfahrungspunkte schon. Uiuiui. Hm, 121.000. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Bist du schon 19? Ja. Ja. Och, Mensch. Und du? Ich bin 18, vorhin geworden. Und wie brauchst du noch? Äh, keine Zeit zum gucken. Warum, was machst du schon wieder? Töte Gegner. Welche? Wie? Ich höre dich, aber ich sehe dich auf der Karte. Oben links. Oben links. Ich gehe erst mal unten rechts, dann will mein Champion... Ah, jetzt sehe ich dich. Wo ist denn der Champion von vorhin? Ach, da ist er ja. Da müssen wir noch eine Diskussion beenden. Guck mal. Guck mal. Steffsprech. Steffsprech. Du hast nur 412. Das ist ja doch gar nichts. Oh, ich habe einen Zepter gefunden. Wow, ich habe einen Bone-of-Punkturing. 140.000 brauche ich noch ungefähr. Ja, braucht der weniger als ich, äh mehr als ich, äh, noch ein Handtuch dabei haben. Immer ein Handtuch dabei haben. Oh nein, Moment, ich hab mich verrechnet, ich brauch nur 200.000. Weil ich ja eine Million jetzt, auf die Millionen muss und nicht mehr 100.000 ergeben will. Das ist tatsächlich verwirrend. Hey, der könnte mir den Batscher bald mal probieren. Nee, schafft die trotzdem. Nö. Ist hier noch irgendwo was? Das werde ich niemals schaffen, erst wenn der Level 100 bleibt. Oh, da ist noch ein Gegner, Gegner. Jetzt sind es zwei Gegner. Und noch mal zwei Gegner. Juhl, bis zwei bis fünf zu Treppe bin ich nie. Das brauch ich nachher. Oh, die Musik ist ja voll psychisch übrigens. Ich hör sie grad nicht. Vielleicht schreibt man's zu lang, oder? Das müsste... Dabbeldabbeln. Ja. Ist ja noch mehr Gegner, das wird nicht mehr weg. Naja. Ich bin weg. Ob keiner, wie man sich laut oder schreibt, okay. Scheiß, stopp. Ich bin einfach. Alex. Ich bin... Brodex. God. Ölofortitude, plus zwei bis fünf Durability. Und ab du. 200. Ah, mal testen, was das wert ist. Mal gucken. Ich fühlste ein bisschen Diablo in Hellfire. Ja. Wow, 1000. Cool. Verkauft. So unhäufig, ne? Noch 200.000. Boah. Bis durch. Ich glaub ich geh gleich mal wieder nach Hell, da gibt's mehr Erfahrung. Hast du mit? Was noch? Ach so. Da kriegen wir auch keinen Tod, oder? Ach. Ich glaub einen hab ich fast tot bekommen. Oder hab ich sogar tot bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab eine bessere Waffe, die macht mir Schaden jetzt. Das hab ich mehr Gesamt denn nicht. Das war alles eine Illusion, dass du sieben ist tot. Halt die Fressen. Ja. Du brauchst Hilfe im Moment, ich komm gleich. So, jetzt cheat dich natürlich halt wieder, weil ich hab zu Ultraschie. Halt doch mal die Fressen. Ich spiel's nicht mal mit und will hier große Klappe machen. Low Level Noob. So ist es, ne? Oh, ne Robe, fast der Hit. Gut, dass man hier so gute Sachen findet immer. Das wäre sonst echt scheiße, wenn man hier nur Müll funken würde. Das kommt hoffentlich noch. Ich würd sagen, einer von tausend Gegenstände, die trocken, sind gut. Jetzt sind aber auch einer von zehntausend. Das wird auch weggefliegen. Ich könnte mir eh nicht entkommen. Ich bin übermächtig. Auf welchem Niveau wahrscheinlich noch mehr Gegner ist. Mächtig, auch noch mehr Gegner. Oh, was? Oh! Bogenschützen. Die hassen die Viecher. Oh, noch mehr Bogenschützen, wunderbar. Oh, ein Cakesnode. Als die große Schlangen hier werden, ich glaub, die Barmann hat rumpfhaft werden. Ich will ja einiges erklären. Oder die lagen hier irgendwo Atomlohnen. Das erklärt so einiges. Tristan ist in Wirklichkeit um der Gorleben. Ah, das ist nicht mehr. Irgendwas ist ja nackt. Oh, ich muss doch. Stimmt, wir müssen hier jetzt ja muss nicht achten. Ey, der ist grad... Ich bin jetzt grad... Ups. Der ist grad da reingegangen, oder? Ja, sah bei mir auch so aus. Dann war er aber plötzlich wieder draußen. Okay. Ich tue hier unten mal schon, mein Gegner. Dann legt die Decke auch da einfach mal ein bisschen zurück hier rein. So, Mutterhof. Ab zu Level 9. Willst du dich ins andere Dungeon verziehen, ne? Ja, ich geh jetzt in die Hölle. Keinem Gegner. Das Telefon klingelt. Geht mal einer ran. Wieder mal einer ran. Oh, ich bin auch schon ein wenig. Meine Gesundheit ist leicht angeschlagen. Ich hab aber Anti-Jurika. Das ist voll scheiße und die sind ja in den Eingang stellen. So, ich geh mal wieder Stockwerk 10. Und wie ist es in der Hölle? Hm, nicht lustig. Bist du da wirklich in die Hölle gegangen? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ne? Oh, ich hab einen tot bekommen. Ja, gleich bekommen sie dich tot. Geht noch. Okay, ich bin tot. Aber ich hab zwei tot bekommen, bis der Adepter kam. Oh ja, die schmeißen mir zu zaubern, ne? Ja, ja. Vielleicht täusche ich mich auch gerade. Weil er doch irgendwas geschmissen hat, ja. Der wirft mit Steinen. Aber ich hab den, ich hab den gar nicht gesehen. Der kam irgendwie unsichtbar an mich ran. Ja, die gelbauten sich, glaube ich. War ich auf einmal tot. Ganz schnell. Ja, plötzlich bin ich aufgewachsen und hab jetzt schon, ich bin tot, ne? Das war ziemlich überraschend für mich, muss ich sagen. Es geht endlich mal einer ans Telefon ran. Nein. Sieht nicht so aus, ne? Naja. Die rufen wieder an, wenn's wichtig ist. Hm. Gar köstlich. Hey, ich brauch nur 190.000. Bist du wieder da, Delfinio? Wohl nicht. Bist du schon wieder tot, Delfinio? Nein. Musst du noch reparieren, sonst wär ich schon da gewesen. Wow, die Champions haben wir auch schon mal mehr ausgehalten. Wir haben auch schon mal mehr als 900 Leben gehabt. Ja, die hatten schon mal 4.000 oder so, ne? Ja, das war recht leicht und lustig. Aber nur leicht. Ja, leicht, natürlich. Und wer hat gestern gewonnen bei... Was habt ihr nochmal gespielt? Dune? Ja, ne? Nein, ich hab Let's Played und er hat zugeschaut. Er hat mitkommittiert sozusagen. Achso, okay. Und danach haben wir noch Todok 2 gespielt. Also, ich hab gespielt, er hat zugeschaut. Ich dachte, ihr habt gegeneinander gespielt. Hä? Ich dachte, ihr habt gegeneinander gespielt. Ne. Let's Battle Dune 2000. Nö, er war mehr so Gastkommentar. Ja, war der Gastkommentar oder der Gastkommentator? So dasselbe. Krass. Haben wir einen Kommentar-Futunen gefunden? Oh, die ist ja geil. Das sind 1000 werden. Ich weiß wohl nicht, was ich mit dem ganzen Gold soll, aber... Warum geht's denn? Oh, ich hab mal verschlagen, wenn ich nicht mal gesehen habe. In dem Gold hast du nur 50.000 raus. Nein. Moment. Ich muss ja erst eine kleine Diskussion machen. Oh, ich sollte mal hier weggehen. Sehr aggressive Diskussion. Also, ich hab nur 5.000. Ja, 4.000. Ich hab nur getan. 45.167. 45.000. Was? War nur noch ein Gegner? Ach, da unten. Ah, schön. Gleichestens 46.000. Sobald ich das Öl auf 42 verkauft hab. Erwartest du, dass die Hände dann mal was Gutes haben, oder? Nein. Theoretisch könntest du ja auch immer Halterin gekaufen bei so viel Geld. Nein. Übrigens eh nicht. Du willst auch nicht vorankommen. Übrigens eh nicht. Wo bringen Tonne schon was, wo es kostet nur so viel für mich. Ja, nein. Ich hab nicht so viel Geld, weil ich's ausgebe. Alles. War gleich der was Neues? Nein, er hat immer noch denselben schon. Hallo, mein Freund. So, und jetzt hab ich 46.515 Gold. Mhm. Was hast du hier gekauft? Gar nichts. Ich hab nur was verkauft. Mhm. Bist du mit Level 9 jetzt fertig? Keine Ahnung. Also wenn hier noch was ist, dann nicht. Ansonsten ja. Wenn hier was ist. Ja, keine Ahnung. Gucken, ne? Ich war ja noch nicht überall. Oder? Oh nein, hier ist noch was. Ah, gut. Ich komm mal drüber. Das ist glaub die letzte Ecke, wo wir noch nicht waren. Klein Dämon. Der Hemmo kann jetzt fliegen. Hat er ne Airline aufgemacht? Fluggesellschaft. Ja. Wir haben auf jeden Fall gestern alle Schwarzen in Turuk abgeschossen. Schwarzen? Ja. Sehr viele Rechtsradikale Witze gemacht und so. Oh, ein Amulett plus 18 zu Stärke. Will den Shot jemand? Nix. Auch richtig. Ich brauche nicht. 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 Da hätten sie sechs mehr. Nicht? Nö. Oh, kein Champion. Kein Batscher. Überraschung, noch ein Batscher, ey. Dann müssen wir jetzt Level 10. Das war da oben, ne? Ja, ja. Irgendwo da. Oder waren wir überall? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Also für mich sieht gerade so aus, als hätte man alles abgeerntet. So, ich auf unten rum, weil das ist länger. Ich könnte so einen Eimer Lava mitnehmen. Ich weiß nicht. Da oben? Oder warst du bestimmt schon? Oder ist es da noch? Nö. Die Karte sieht ein bisschen komisch aus. Da weiß man nicht genau, ob man schon überall war. Nö. Ach, wenn nicht ein, zwei Gegner können. Die kommen schon nach. So. Hallo. Ich habe hier schon mal drei Gegner übrigens getötet. Vorhin hat sich eine Kiste auf. Oh Gott. Ach, hier sind diese. Ach, hier sind diese. Ja, genau. Ach, mach.